ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge make way heute mit einem aus der sebastian und wir spielen einen neuen patch der ist noch gerade in einer alpha version also spiele es wurde empfohlen vielen dank dafür dadurch soll die abkürzungs mechanik jetzt nicht mehr so komisch braggig sein und die waffen sollen etwas mehr balanced sein und genau diese sagen wir jetzt können wir nicht abkürzen noch haben wir nichts noch noch weg da direkt fehler schon mal rausgehauen das war kacke das war ein guter start das fängt wieder gut an 250 punkte das ist aber auch schwer das muss man auch geschafft haben ja wenn man nicht einfach tot ist naja also selbst das waffenbelling sind komplett anders ja da könnte sich eine abkürzung in zukunft ergeben ja deswegen für zukunft habe ich ja mal gepläntet warte ich raste aus stark dieser anfang ist halt oh mein gott ich hab mich nicht gesehen was soll das denn schlecht aber schlecht was ist das oh mein gott mein auto stottert haha okay das war eine sehr starke runde von chris ja wirklich haben wir nichts an der verlaufen ja aber wir haben einfach noch ganz schöne bundesprung jetzt gerade also jetzt gerade bringt es noch nicht so viel runter zu gehen jetzt ist super extra die bande ausgemacht damit wir abkürzen können geht nicht kürzen ist auch schmutz ich weiß ja gar nicht an richtig alles richtig gemacht was ist das was da ist die rakete abgehoben wieder gekillt hast du hast auch ich dich kann ja du hast dich wieder einfach runter geschubst ich habe gar nichts gemacht ja moin ach du bist doch der rote oder erster dreieck weg von mir da was passiert hier als wenn ich jetzt dann beim letzten nicht hin ich würde trotzdem mal die die frage stellen was hat sich jetzt am waffenball entschieden ja weiß ja das habe ich noch nicht gemerkt alles ist anders alles im sprung oh damn son da bin ich jetzt gespannt ob wir da runterfallen dürfen im zum direkt so also wenn ich glaub wenn die änderungen so krass sind wie bei den waffen dann kann das gut funktionieren jetzt du oder was mit bei den da bin ich dann das was ich habe judy doch nicht da ist die chance gewesen okay klappt aber dann habe ich versagt da kannst du auch unter das schade doch hat geklappt ich habe keine punkte gemacht alle abkürzen ist halt der letzte buch weil das spiel das nicht richtig ich habe kein ich gar kein freund von ja das ist eine geile mechanik ja weil die kamera immer noch scheiße ist ja fällt mir nicht aber lass das jetzt natürlich für die runde spielen aber für die nächsten würde ich sagen aus also wo zumindest hart dafür ist der zug aber ganz wilde sachen hier heute in der runde kannst du mit dem kopf schütteln ach guck das explodiert ist doch miss ich will so eine scheiße nee nee rammel du idiotensohn okay das war so asozial ich bin sehr langsam ich bin auch richtig fan oh mein gott das ist so dumm das kann nicht wahr sein das abkürzen ist so dumm sorry du hattest abgekürzt und bist dann selber noch mal runtergefallen ja okay ich kann mich wieder nicht bewegen was natürlich was wo komme ich denn jetzt her absolut das ist doch komplett oh mein gott okay schön langsam alles ist gut wir können jetzt hin aber nice abgekürzt auch von dir bleck mich am arsch wie du da einfach dann noch kamst und was ja moin ja genau als wenn der wix dann einmal durchkommt das war so eine scheißrunde vor mir ich glaube du bist aber jetzt führender mit deiner scheißrunde das war ich ja gerade auch schon achso christian hatte auch eine richtig schlechte das habe ich jetzt genommen ich habe ein veränder gedrückt scheiße ich habe ein looping bin ich denn die stärkste stärkste geile kurve von allen das ist echt lang mittlerweile ja oder scheiß das könnte schon fast die letzte runde sein wenn du die komplett holt ja auf jeden ja so wie gerade auch meine 300 punkte die ich geholt habe was ist das denn jetzt ich weiß nicht das ist zum sprungfeld glaube ich wenn du drüber fährst oder dann macht das ja mehr sinn so ein trampolin alter du fecker nein weil die idioten einfach weil ihr da über die minen gefahren seid über keine minen gefahren natürlich ja ich fahr in meine eigene scheiße oh 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 ja fuck ne ach christian stache das lol und bram überlebt dann als einziger das ist ja so lächerlich warum dürfen wir den nicht fahren was hat denn da noch da war irgendeiner noch einer drin ja habe ich jetzt auch nicht verstanden lächerlich ganz vorsichtig hier runter ich werde gefickt diese scheiß kack kugel ey wie seid ihr so schnell alter jetzt kommt hier einfach gar nichts oder was oh mein gott nein stopp was ich hatte so viel momentum drauf der wagen konnte gar nicht mehr zu steuern ja moin wir haben das einfach alle finde ich gut nein ich kann nicht steuern nein und jetzt darf ich nicht mehr mit steuern es ist zum kotzen das war eine richtige drecksrunde oh bram out of nowhere alter oh out of nowhere es gibt nicht mehr 3000 punkte das stimmt das stimmt das ist uns früher aufgefallen ja also ich hätte noch länger gebraucht dann nehmen wir die säcke dann nehmen wir die säcke geil erstmal hart abkürzen leichter runterfallen oh mein gott du könntest theoretisch wirklich von dem da musst du mal weit fallen vor allem kriegst du die ganzen checkpoints dann gar nicht das stimmt komm mal was das ist immer so ein chaos ey dieses explodieren jied alter was ist da alles explodiert jetzt ja nein nicht wieder explodieren diese scheiß drecksminen hurenfixe wow what ja ja mach ich das aus geil so darf ich jetzt endlich mal wieder mitspielen nö dann nicht ist ok das war jetzt 4 oder 5 checkpoints die ich nicht mitgespielt habe ui wenn du auch einfach runterfährst und dann wird das nix ey dieses 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 steuerungsding der macht mein kopf so hart ich wurde einfach rausgeschrauben obwohl ich die scheiße schrauben oh mein gott oh mein gott boah vor allem junge das ist egal immerhin habe ich ein achievement.com cool als ob ich die abkürzung verpasst habe oi 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 oh god schade still live still live still live still live ich lasse nicht wohin ha 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 ja befeuere oh mein gott ich bin am Ziel vorbeigefallen das ist ja wohl ein Witz ich glaube ich habe 3 checkpoints glaube ich habe eine ganze Runde das war auch keine ja der Anfang war gut danach war Schmutz 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 Endpunkte lol war es das? nein oh mein gott jetzt ist es immer noch nicht vorbei ich raste aus naja jetzt ist es aber letzte Runde glaube ich einmal drehen boah das wird ein wildes nimmerchen du aber wirklich das wird ein wildes nimmerchen richtig flohne mine hier nein boah der da kam da liegt ne Miene als ob ja tschüss 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 da habe ich doch nicht gefahren da hä wo bin ich hier gefallen oh das ist mir frechheit einfach nur was 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 ja genau Jay was hat dir das gepflegt wie was genau Jay ich konnte gar nicht steuern grad weischt das ja dann klar weißt du das lol ok ich dacht ich wäre raus oh mein gott aaaaaaaaaaaaaaaa ey wieso darf ich nicht fahren dieser scheißzug oh man okay ach du vor dem Sack haaaah 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 das hier ist wirklich mein Nemesis mhm cool na mega Ja, na, geil. Scheiße. Das ist schon lustig, muss ich sagen. Wieder da rein. Nee, 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 diesmal nicht. Ach, das ist alles heiß, wie das scheiße ist. Nee. Das war schwierig. Ja, schwierig, ja. What the fuck? Der Sprung ist Mist. Der war echt frech. Oh nein, der ist größer. Mein Pulli, Alter! Ja. Ja, leider nein. Oh mein Gott, ich raste aus. Das war auf jeden Fall volle Punkte. Aber Christian dürfte ich auch haben. Er wird noch mal ein Finälchen. Ja. Peter auch noch? Naja, vielleicht... Ohhhh. Ohhhh. Neeein. Hm. Das ist aber lucky, du. Aber doch, geht's wohl. Plötzlich ist jetzt Brote. Das ist der Assi. Oh mein Gott. Wie er gewaitet hat. Wie er gewaitet hat. Nein! Nein! Ja, Christian lebt noch. What? Der hätte ja abkürzen können. Ja, genau. Deswegen überlebst du da ein bisschen länger. Ohhhh. Jay ist so schwierig zu schlagen in diesem Game, ey. Aber nice try. Okay, ich bin auch für abkürzten Ausstellen. Ich würde sagen, guck, hat Jay mehr freigeschaltet als ich. Hab ich das? Ja, weil den Wagen, den du gefahren bist, kriege ich jetzt erst. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Dann sollte Jay mal die Lobby machen. Ich hab jetzt erst diesen Buttonlift gekriegt. Oh mein Gott, da musst du warten. Ich hab aber jetzt erst den Bahnübergang. Ich hab... Achso. Ich bin auch erst jetzt beim Bahnübergang. Jetzt hab ich erst die bewegende Tesla-Spule. Kann ich das hier ändern? Ja, kann ich. Ah, hier direkt. Mit Items. Achso, ich will zur falschen Seite bauen. Hoch. Hoch. Zwei Runde, zweites Glück. Kann diesmal jemand Jonathan schnallen. Immer. Guck mal, man kann mit dem Kopf wackeln. Nice. Das hat schon wer gesagt. Ja, letzte Runde. Naja, hab ich gewusst. Nee. Das ist doch doof. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, warum sich meine Karre dreht. Wegen deinem Steuern. Ja. Wegen deinem Skill ist. Wegen deinem Steuern? Deswegen. Ja, Peter. Du musst die mal zahlen, ey. Du musst die mal zahlen, ey. Achso, wir haben... Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber wir haben am kürzsten ausgemacht. Ja. War nach unseren Einschätzungen in der letzten Runde wahrscheinlich abzusehen. Aber gut, dass das nur was sagt. Hey. Nee. Das ist doch frei. Ja, guten Job von mir. Geil. Was hier. Ja, das ist eine richtige... Nee, 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 nee. Oh, fasthole. Du musst doch schießen. Neee! Na, da ist ja die bl各位. Nee, 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 nee. Oho! Oho! My God! Das ist der richtige Knack runter. Neee, nee, nee! hat, oder? Das hab ich gemacht. Du motherfucker! Du motherfucker! Ich sag beides motherfucker, ich hab dazu gewonnen. Du hast doch gerammt! Du rammst die ganze Zeit, Junge! Ja, ey, komm! Lass mal die Lauten raus. Das ist doch beschissen, ich mit meinem E-Motor hier, ja? Was hast du da eigentlich für eine komische Karte, Junge? Das ist eine Knutkugel. Alter, das regt mich auf gerade, die Runde. Boah, Bram in Führung gegangen hier! Let's go! Das war das, was ich da herrennen habe. Das ist das? Das ist das, das ist das große Bumper? Was ist das denn hier? Stimmt, was ist das da? Kann man das gar nicht richtig sehen, weil Bram... Kann man hier dran bauen, wo man will? Das ist die Autobahn! Oder? Das sieht aus wie Autobahn. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung da, voll gut. Oh nein, jetzt steht da überall Shit, wo ich gegenfalle. Ja, da fährt Bram selber gegen. Ja, das kann sein. Ich rede nur noch, um die Gämmen generell schlechter zu machen. Das Säckchen hat mich... abgefickt. Roms, 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 Roms! Das ist so bad alles. Was? Warum werde ich den direkt runtergehauen? Das ist ja lächerlich alles hier. Ich kriege Windschatten. Ja, da ist richtig Slipstream, Alter. Alter. Ficker, ey. Da ist ruhig den Ersten weiterfahren. Ja, ist mir scheißegal. Ja, das ist uns klar. Wann ist das hier? Ah, ihr Ficker! Tschüss. Ich werde nur weggekippen. Ich werde nur weggekippen. Ich komme einmal an, Alter. Das kommt so hart an. Genau, den Checkpoint nicht mitgenommen. Junge, 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 Junge. Gibt es kein Backpunkte oder sowas? Ja, gibt es. Ich brauche ihn dringend. Ja, warum möchtest du, dass jemand auf deinem Back kommt? Ach so. In den Bahnübergang fliegen. Ach, das ist kein Bahnübergang. Ach, ey. Ach, herrje. Ach, du Schick. Ach, du liebes Lieschen. Gute Neune. Ach, die Kacke. Ach, komm. Warum haust du mich, du Blüffel? Ja, weil ihr alle Feinde seid. Ja, das war ein dicker Sack. Ach, Peter. Oh, das war zu viel. Ui, 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 du. Ich habe noch keine Punkte gemacht. Das sind beide so Ficker. Das ist so längerlich einfach mit der Jungen. Du hast doch angefangen. Ich will nur einen abdrehen. Du wolltest mich da auszuficken. Ach, komm. Nee, die Waffe ist doch Kacke. Jetzt, Peter. Jetzt zünden. Scheiße. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Hoffentlich verreckt ihr alle. Na cool, keiner. Mega. Gut gewartet. Alter. Dieser Huren. Autofahrer. Was? Was? Peter, geh mal weg da. Was? Was? Das ist so RNG-Scheiße. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das war gut, Peter. McRae macht mich fertig. McRae macht mich fertig gerade. Ja, ey. Nee, Waberfrau. Was? Das ist der Laden gewesen von Jim Knopf. Was? Was? Diese Autobahn, ne? Ja, die ist funny. Funktioniert jetzt auch. Nein, jetzt macht ihr da überall noch so Scheiße drauf. Ich habe da ein Päckchen hingelegt. Okay. Okay. War gut. Nee, nee. Scheiße, du gehst lang. Nee. Okay. Mann! Jetzt muss ich den Fichsern dabei zugucken, wie die da war, ey. Geht auch noch so ewig. Oh. What the fuck? Alter, hinter mir ist voll der Hammer los. Der Hammer hat überhaupt nichts gebracht. Nee, er hat wirklich nichts gebracht. Ist das das Balancing? Der Hammer macht nichts mehr. Oh nein. Nee. Autobahn. Nein! Dieses Hurenauto. Einfach durch in der Mitte. Wapram, ich verstehe das nicht. Was sollte das denn jetzt? Ja, das wusste, dass das passieren wird. Ich konnte die Zukunft sehen. Oh, ich kotz im Strahl, ey. Nein! Nein! Ich habe einen Rechtsstrahl. Mein Auto fällt von selbst aus nach rechts? Why? Tell me why ain't nothing. Ach, das ist doch wieder reingelegt. Und ich darf nicht starten. Was ist das? Tut weh. Also bis auf ein Ziel habe ich alle mitgenommen. Da bin ich immer gespannt. Geil, gute Runde dann für dich. Ja, läuft die Runde. Alter, da ist der Comeback-Bonus. Okay, okay. Wir gehen nur auf die Fresse, ey. Ja, Alter. Ja, warum? Was habe ich dir weggesessen? Ey, diese Autobahn ist der letzte Scheiß. Lass mich jetzt bauen, ey. Ne, nur das als letzter. Oh, wo enden wir denn da? Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ja, habe ich auch gar nicht gesehen. Guck mal, der fängt von sich aus nach rechts. Was ist das? Ist der Controller da? Ich kriege mit Maus und Tastatur. Ach so. Ich kriege mit Maus? Oh mein Gott. Ja, ohne Maus. Das ist richtig scheiße. Aber der hat trotzdem einen Rechtsdreiber im Start. Und ich will wieder nicht... Doch. Hä? Was ist meine Art? Da war stark. I don't get it. Gucken, wie viel er nach rechts fährt. Rück nur weh. Ja. What the fuck? Ah, ein guter Patch. Nein, zu viel. Ne, boi. Jetzt fährt er gerade aus. Das ist beim Start. Was ist das für eine Scheiße? Das ist schon direkt eine Abfuck-Mechanik, die das Spiel hat. Kann das sein? Ja, ja. Kann das auch so sein. Ihr könnt ja da auch mal gleich drauf achten, wenn ihr startet. Ich weiß nicht, wie er mich fühlt. Ich fahr nach links. Man fährt immer richtig nach rechts. Ja, das ist eine Abfuck-Mechanik. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Dann habt ihr direkt nicht wegrafen. Das ist die schlechteste Runde, die ich hatte bisher. Nee. Das war so viel Schmackes. Ich kann nicht wegrafen. Also, ja wirklich, jetzt am Ende bin ich noch gefickt. Nein. Oh. Nee. Oh Gott. Bleib ran. Nee. Nee, Jay. Weißt du, wo wir hin müssen? Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin jedes Mal angekommen. Das war nicht gut. Das war eine 10e Runde. Ach, so eine Scheiße. Da kommt jetzt der Junge. Aber das wird halt nicht reichen. Das ist das Problem. Na, das wird ja nicht reichen. Boah, Christian hat aber auch eine gute Runde. Hm. Boah, Junge, bin ich rangekommen. Boah, leg mich am Arsch. Aber das wird niemals 1000 Punkte noch sein, wie ich das schaffe. Das ist schon eine Menge Checkpoints. Und wir haben jetzt auch wieder nur Streckenteile. Da wird nochmal analysiert. Okay, lange Strecke. Also, der zieht direkt in die Mitte, die Sau. Ja, der zieht in die Mitte. Oh, geil. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Mann! Jetzt darf ich nicht mitfallen. Alter, das ist worst case. Ja. Ja. Schöner Shot. Wow. Ja, komm. Jo, Jeet! Nee, nicht Jeet. No Jeet. Ja, okay, doch Jeet. Hi! Ja, geht's jetzt, Christian, zum Sieg? Innen! Das ist noch nicht vorbei. Du kannst auch mitkommen. Nee, nee. Dann ist es durch. Also, ich nicht. Einer von euch vielleicht noch. Scheiße. Ja, aber ich bin gestorben. Ich habe die scheiß Miene mitgenommen. Alter. Was ist das? Was ist das für ein Start? Alter, dieser... Diese, diese Lecker-Geschichte ist da, was mein Kopf am meisten schickt. Der steuert dann halt nicht mehr richtig. Jo, moin. Okay. Lass mich aber gar nicht mehr mitspielen, wirklich. Ich bin gestorben. Leute, Doppelnein. Ja, ich bin gestorben. Wenn zwei sich streiten. Scheiße. Das wird gar nichts hier. Oh, oh. Ey, wirklich, ich starte und kriegier es mir einfach in die Fresse. Nein, nein, nein. Frech. Das ist doch... Nein, Peter. Nein, Peter. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass du da mir reinfährst, Alter. Nein, nein, nein. Ach, doch. Du Arschloch. Oh mein Gott. Nee, nee. Oh. Wohin? Der Respekt vor dem Hammer ist real, ey. Ja, ist halt echt so. Scheiße. Einfach nur mal drüber. Okay, also, das könnte ein Dreier-Ding werden. Nee, ich nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht dabei. Ja, ich hatte jetzt an Jay noch gedacht, ehrlicherweise. Nee, 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 nee. Oh. Oh mein Gott. What? Der kann aber wirklich... Ich hab das ganz schlechte Formen. Ich hab das ganz schlechte Formen. Ich hab das echt nicht gedacht. Shit. Boah, hat der sich nach vorne geheatet. Oh, Peter. Scheiße, hab ich das geschafft. Nein. Ja. Er bleibt seit was weiß ich wie vielen Runden geschlagen und alle hassen es. Außer er. Aber mir steht auch... Yes, Baby. Mmh, das schmeckt ja dann doch nochmal richtig gut. Ich hab aber nicht gedacht. Na, Kacke. Eigentlich nicht verdient. Echt nicht verdient. Nein, das bin ich halt wirklich nicht verdient. Ich bin nicht gut gefahren. No. War eine geile Runde, Mann. Mann, Mann, Mann. Das hat ja Spaß gemacht. Geile Runde, Mann. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder bei Bagway eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.